Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einer kurzen Breaking News. Und zwar möchte ich euch heute mitteilen, dass am 14.07. eine offizielle Pressemitteilung von Illusion rausgegangen ist, dass Illusion seinen Betrieb, Vertrieb, Betrieb einstellen wird. Das heißt, Illusion zieht sich aus dem Geschäft zurück. Illusion, klar gesagt, Room Girl, Koikatsu, Honey Select, all diese Spiele, plus noch einige weiter mehr. Ihr habt ja letztens auch Schoolmate gesehen. Es ist jetzt so weit gekommen, dass Illusion sagt, nee, wir machen das nicht mehr, wir produzieren jetzt keine Spiele mehr. Ja, wahrscheinlich liegt es an den Verkaufszahlen, meiner Meinung nach. Ich weiß es nicht, aber es liegt wahrscheinlich an den Verkaufszahlen. Hier ist der japanische Text offiziell von Illusion auch bestätigt, weil man weiß ja nie, was immer alles so im Internet rumfliegt. Deswegen übersetze ich das einfach, habe ich das über den Übersetzer reingeschmissen und ich lese euch das jetzt mal zu. Hinweise zum Ende der Illusion-Aktivität. Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen in unser Produkt. Dieses Mal werden Entwicklungsvertrieb am 18. August 2023 eingestellt. Wir möchten unsere Kunden, die uns bisher unterstützt haben, unseren tiefsten Dank aussprechen und entschuldigen uns aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Mit dem Ende der Aktivitäten werden auch die folgenden Dienste sukzessiv abgeschlossen. Am 14. Juli offizieller wöchentlicher Update Stopp von HP. Aktualisierung der E-Mail-Mitgliederinhalte abgeschlossen. Am 1. August der offizielle Verkauf von Download-Versionen für den Versandhandel endet. Am 18. August der offizielle Verkauf von Paketprodukten für den Versandhandel endet. Download-Versionen für andere Shops, Verkaufsende, Steam-Produkte-Ausverkauf, Ende des offiziellen Supporters. Die Verteilung der Update-Daten ist abgeschlossen, Ende der Verteilung der Reservierungskauf-Privilegien, Beendigung des Upload-Dienstes, Ende der Zustellung von Inhalten für E-Mail-Mitglieder, Sperrung des YouTube-Kontos, Sperrung des Twitter-Kontos. Anders gesagt, dann mal Schließung. Muss das sein, nicht Sperrung, Schließung des YouTube-Kontos, Schließung des Twitter-Kontos. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden, bedanken uns jedoch für Ihr Verständnis. Vielen Dank für Ihre jahrelangjährige Unterstützung und Ermutigung. Ja, also aus dem ganz kurz hervor, für alle Leute sollten sich jetzt noch den 18. August ganz klar vorreservieren. Wir haben jetzt den 1. August. Im Moment könnt ihr noch, ich zeige es mal ganz kurz an, ich habe es ja schon in meinem Shop. Also im Moment für die Deutschen, alle Deutschen können sich von Illusion, das einzige Spiel, was in Deutschland offiziell aufs Team erhältlich ist, AI, könnt ihr euch noch kaufen auf den Shop. Das Ding ist auch gerade bombastisch auf 60, 22 hochgeschossen. Was für einen Preis, aber für alle Liebhaber von Illusion werden sich das Spiel, denke ich mal, in Deutschland mal einkaufen werden können. Also von daher, es ist noch da. Aber nur noch, wie ich gesagt habe, bis zum 18. Dann wird auch dieser Verkauf hier stoppen und es wird von den Seiten runtergezogen. Ansonsten, ja, via Canjoy, den Benchmark, der wird auch runtergezogen. Es gibt nur den Benchmark, nicht vergessen, nur der Benchmark, nicht, äh, nichts anderes. So, wenn wir jetzt alles zum Beispiel rausgehen würden, chinesisch. Es gibt sonst nichts anderes über, von Illusion. Ähm, bei mir zum Beispiel sind es ja von Illusion, was ich hier drin habe, ähm, ich hab's ja, da unten müsste es irgendwo sein. Wo ist es denn? Ich hab's irgendwie auch gerade so gekriegt. Äh, jetzt muss ich mal schauen, wo es hingeflogen ist. Äh, ist bestimmt unter K gelaufen, oder? Ja, nee, da. Ich hab ja noch das Originalspiel. Ja, wie gesagt, also alles endet mit Illusion, die ganze Ära endet. Hier steht's auch nochmal drinnen, dass sie die Terminator Activities einstellen werden. Am 18. August 2023, japanische Zeit auch noch. Ähm, via Canjoy, hab ich zum Glück noch. Ist sehr schwer zu kriegen, dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und AI wird dann eben, also in Deutschland heißt es AI, ähm, in, ähm, anderen Bereichen auch geupdatet wird es nicht mehr werden. Ähm, ja, Room Girl, auch ein Teil für sich, auch Einschließungen. Leider, leider, leider geht also ein, ein großartiger Vertreter von Spielen, ähm, sein Ende entgegen. Und, ähm, ja, schade. Ich hab mich sehr über einen weiteren Kolkatsu-Teil gefreut. Unheimlich sehr. Ich bin gespannt, was das für die Leute ausmacht, die mit, äh, Kolkatsu-Studio und sowas alles, äh, arbeiten. Aber ich denke mal, da wird's wohl wahrscheinlich keine großartigen Probleme bei geben. Ähm, ja, schade, 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 muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir irgendwie echt ein bisschen weh, weil ich hab, wie gesagt, mit Kolkatsu wirklich supergute, auch Honey Select, supergute Erfahrungen gemacht. Ja, es waren echt immer klasse Spiele. Room Girl war dann so ein bisschen so, wo ich mir gedacht habe, oh, 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 was ist da los? Ähm, warum gerade Room Girl? War so eine Frage vorweg. Hm? Room Girl war nicht schlecht, aber irgendwie war's nicht ganz durchdacht, hatte ich immer das Gefühl gehabt. Wahrscheinlich auch dann die Absatzzahlen waren bei Room Girl halt entscheidend. Viele werden ja sagen, vielleicht wäre ein Kolkatsu-Teil besser gewesen. Andere Leute werden sagen, äh, vielleicht wäre ich doch ein Sims-Room Girl draus geworden. Immerhin gab's noch den letzten DLC, wie gesagt, mit Paradise von Room Girl noch mit dazu. Aber jetzt endet die Ära, ähm, Illusion. Und, ja, ich find's schade, wirklich sehr, sehr schade. Die Firma hatte sehr, sehr gute Sachen gemacht. Es kam auch immer regelmäßig immer was von den Jungs raus. Also, wenn sie, wenn sie ein Spiel neu gebracht haben, hatten sie innerhalb eines Jahres, eines Jahres eigentlich immer ein Update gebracht. Aber, naja, schade, 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 wirklich sehr, sehr schade. Ich bin echt, äh, enttäuscht und traurig natürlich auch, aber, ähm, kann den Weg natürlich auch verstehen. Man will sich nicht in finanzielle Unkosten stürzen und ruinieren. Ähm, da zieht man doch lieber den Stecker. Und hoffe, hoffe, hoffe sehr, ähm, dass vielleicht doch irgendwas mal kommen wird. Vielleicht doch wieder ein, ein Rückmoment. Vielleicht doch wieder ein Moment, der wieder die, die, die Ära wieder hochzieht. Vielleicht kommen sie ja irgendwann doch nochmal wieder. Weiß man nie ganz genau. Aber auf alle Fälle wollte ich euch diesbezüglich auch mal informieren, dass eben halt ihr noch Zeit habt. Also, ähm, jetzt gerade auch noch digital, wenn ihr irgendwie Glück habt, an sowas wie, äh, Kanjoy oder sowas wie, ja, Kanjoy ranzukommen, an, ähm, an Room Girl ranzukommen, an, ähm, an Honey Select ranzukommen, an, ähm, bei Katsus Game Titel noch ranzukommen. Dann schlagt jetzt noch zu, weil ansonsten wird es wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwer werden, noch irgendwo an einen Titel ranzukommen. Und ich kann euch versprechen, die Preise werden enorm steigen, richtig hart steigen. Wenn ich schon eine EU auf Steam sehe, dass es jetzt schon bei 62 ist, das Spiel hat ja nochmal richtig einen Schlag zugenommen. Das gab es mal für 52, jetzt ist es schon bei 60, 22. Und ich kann euch sagen, dieses Spiel wird noch höher schießen. Es wird noch höher, da, also, da jetzt Illusion aufhört, diese Spiele, äh, werden nicht mehr produziert. Und jeder, der das Spiel nicht hat oder sonst was, Alter, das wird ja für einen hohen Rensenpreis zahlen. War bei VR Kanjoy auch nicht anders. Ich hab das noch zum Glück für einen günstigen Preis eingeschossen. Ähm, aber als ich gesehen habe, was da für Preislisten über den, über den Teppich flogen, bin ich fast hinten übergekippt. So, auf diesem Wege wisst ihr Bescheid. Und auch an die allergenden Österreicher da draußen, Schweizer oder so, die noch die Chance haben, außerhalb von Deutschland natürlich einzukaufen und so. Der Ausverkauf beginnt von Illusion Games. Die Spiele, die ihr von Illusion noch kriegen könnt, holt sie euch, die ihr noch haben möchtet. Und ansonsten bedanken wir uns, denke ich mal, alle hier recht herzlich für ein, eine sehr, sehr schöne Spiegelgestaltung. Klar, es gab ein paar Schattenseiten von Illusion, die werde ich euch mal irgendwann nochmal zeigen. Aber auch sehr, sehr schöne Spiele, an die wir uns immer wieder gerne zurückdenken werden. Für mich persönlich Koikatsu und Honey Select und Room Girl, aber auch andere Spiele natürlich. Aber die, gerade im Vordergrund, sind für mich so die Spiele, die mich auf Illusion geprägt haben, sagen wir mal so. Koikatsu mit seinen echt coolen Anime-Style, der wirklich mit super Animationen reingeknallt hat. Mit schönen Effekten, schön digitalierte Gegend. Room Girl als letztes mit seiner Art Sims-Mythologie auch schön gestaltet. Zwar ein bisschen, was mir gefehlt hat, war dieses eben Teil, dass du mehrere Charakter auf eine Sache so packen konntest. Aber das ist was anderes. Trotzdem auch ein sehr, sehr gutes Spiel geworden. Honey Select natürlich 2 und 1. 1 ist natürlich der Vorreiter für Honey Select 2. Unheimlich gutes Spiel. Ayo Shuguden zeige ich euch auch nochmal. Auch ein echt gutes Spiel. Hatte ich bisher noch nicht. Ich bin am überlegen, welche Version ich euch zeigen soll. Die japanische oder die europäische. Es gibt zwar unterschiedliche Sachen natürlich dafür. Was soll ich sagen? Man sollte sich jetzt, also wirklich als Illusion-Fan oder als Age-Game-Fan, sollte man sich kurz hinsetzen. So seinen gedanklichen Dankeschön aussprechen. Und hoffen tiefgründig, dass irgendwann vielleicht mal ein neuer Kakatsu rauskommt oder ein Teil rauskommt oder irgendwas anderes doch nochmal in Planung ist. Und ja, wir bedanken uns. Also ich bedanke mich auch mal jetzt im Namen von allen, die das Video hier vielleicht sehen und auch von Illusion sehr angetan waren, die ihren Spiele gefeiert haben. Bedanken wir uns recht herzlich für eine sehr, sehr schöne Spielzeit und hoffen vielleicht irgendwann in baldiger Zukunft, wenn alles geregelt ist, wenn wieder alles läuft, vielleicht doch irgendwas mal wieder zu hören von den Entwicklern von Illusion. Vielleicht eigenständige Teams aufmachen, irgendwas anderes. Wer weiß, auf alle Fälle vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen, vielen Dank fürs Sehen des Videos und vielen, vielen Dank für schöne Spielzeiten. Bis zum nächsten Mal.